Dieses kleine RGB-Licht ist die perfekte Ergänzung für jedes Lichtsetup. Was ihr damit alles machen könnt, zeige ich euch gleich. Das Lux 60 RGB, welches ich hier im Test habe, wiegt gerade einmal 345 Gramm und hat die Größe einer spiegellosen Kamera. Im Lieferumfang gibt es das kleine kompakte Licht, ein Reflektor, ein Diffusor und ein Netzteil. Genial ist hier aber das Zubehör, was noch einmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Für den mobilen Einsatz ist der Batteriegriff super praktisch. Damit hat man eine 99Wh Batterie im handlichen Format und man kann sogar das Licht direkt an diesem Griff montieren. Der Batteriegriff hat unten auch ein Gewinde und kann somit problemlos montiert werden, zum Beispiel auf einem Lichtstand oder Stativ. Das Netzteil ist zwar nicht groß, aber ist auf jeden Fall nicht so praktisch für unterwegs, da man da immer noch eine Steckdose braucht. Es gibt auch einen Tragegurt, dann könnt ihr das Licht wie eine Kamera umhängen. Ob man das wirklich machen möchte, würde ich allerdings in Frage stellen. Und mit der kleinen kompakten 30 cm Softbox könnt ihr das Licht auch unterwegs jederzeit weich machen. Für ein mobiles Setup, wofür das Look 60 RGB offensichtlich gedacht ist, wäre natürlich auch eine Tasche gut gewesen. Allerdings passt dieses kleine kompakte Licht auch perfekt in jeden Kamerarucksack, da es ja gerade mal so groß wie eine Kamera ist. Was das Mount für die Lichtmodifizierer angeht, handelt es sich hier um eine eigene Lösung von RULEI und nicht um ein Bones Mount. Das wäre für so ein kleines Licht auch nicht praktisch. Daher müsst ihr hier auf die verfügbaren Lichtmodifizierer zurückgreifen. Währenddessen die Verarbeitung beim Batteriegriff, der Softbox und dem Reflektor wirklich sehr gut ist, war ich von der Verarbeitungsqualität beim Licht selbst nicht ganz so begeistert. Dass es aus Kunststoff ist, ist vollkommen okay, aber die Rädchen und Knöpfe fühlen sich nicht so richtig toll an. Insgesamt ist das Licht schon stabil gebaut, aber die Kontrollen fühlen sich nicht ganz so gut an. Das ist allerdings kein Problem bei der Bedienung, wenn man es einmal raus hat, welcher Knopf was macht. Durch eine Kombination von Klicks und Gedrückthalten kann man alle Einstellungen am Licht vornehmen. Einfacher geht es dann aber mit der App. Hier kommt die Candela-App von RULEI zum Einsatz, die momentan leider nur für iOS verfügbar ist. Wie schon erwähnt, handelt es sich hier um ein RGB-Licht und somit ist es gleichzeitig auch ein B-Color-Licht mit grünem Magenta-Ausgleich. Ihr könnt von 2700 bis 6500 Kelvin wählen. Die gemessenen Farbtemperaturen stimmen mit den eingestellten Werten sehr gut überein. Ich habe auch die Lichtleistung bei einem und drei Metern Entfernung gemessen. Da es sich hier um ein 60 Watt RGB-Licht handelt, dürft ihr aber nicht zu viel Lichtleistung erwarten. In den meisten Situationen würde ich es auch nicht als Keylight nutzen und auch draußen wird es an sonnigen Tagen nicht viel ausrichten können. Wenn ihr aber unterwegs, zum Beispiel im Hotel, mal ein Keylight braucht, kann das natürlich auch das Lux 60 RGB übernehmen. Ein kleines, aber kontrollierbares Licht ist immer noch besser als kein Licht. Und ihr seht ja, dass der Output gar nicht so schlecht ist. Dieses Licht ist aber perfekt, um ein Lichtsetup zu ergänzen. Entweder als Fülllicht, Haarlicht oder Hintergrundlicht. Und da uns hier neben dem Farbtemperaturspektrum auch noch 360 RGB-Farben zur Verfügung stehen, ermöglicht das sehr vielseitige Einsatzzwecke. Ich habe schon ein Video zum Candela 220 RGB gemacht und dort habe ich ein paar Einsatzzwecke für so ein RGB-Licht gezeigt. So habt ihr hier verschiedene Effekte, die ihr einsetzen könnt. Und ihr könnt das Lux-Licht mit anderen Lichtern der Lux- oder Candela-Reihe in Gruppen zusammenschalten. Unter anderem gibt es Effekte wie Fernseher, defekte Glühbirne oder Feuer. Und für jeden Effekt könnt ihr die Frequenz und Intensität einstellen. Einige Effekte erlauben euch auch die Auswahl der Farbe oder ihr lasst die Farben zufällig rotieren. Für den Lüfter gibt es hier drei Modi. Den Intelligenten-Modus, den Leisen-Modus und den Leistungsstarken-Modus. In diesem Modus kann man den Lüfter schon deutlich wahrnehmen, also solltet ihr diesen Modus nicht wählen, wenn sich ein Mikrofon in der Nähe befindet. Der Leise-Modus wird seinem Namen gerecht und hier nennt man den Lüfter fast gar nicht wahr. In meinen Tests wurde auch die Lichtleistung nicht verringert und das auch über längere Zeit nicht. Der Intelligente-Modus scheint genau dazwischen zu liegen. Dieser Modus hat sich auch nach längerer Laufzeit des Lichtes aber nicht verändert. Also inwiefern hier der Lüfter intelligent angepasst wird, kann ich nicht sagen. Ich würde euch empfehlen, den Lüfter immer auf dem Maximum laufen zu lassen, was die Situation hergibt. Wenn ihr also das Licht nah am Mikrofon habt, ist der Leise-Modus vollkommen okay. Aber wenn der Ton in der Nähe des Lichtes keine Rolle spielt, würde ich lieber auf die maximale Kühlung setzen. Das ist auf jeden Fall immer gesünder für das Licht. Ich finde das kleine Lux 60 RGB Licht sehr gelungen. Und sollte euch die Lichtleistung nicht genug sein, gibt es noch eine B-Color-Variante mit 100 Watt. Diese beiden Lichter gibt es für jeweils 149 Euro und dann gibt es noch das erwähnte Zubehör zusätzlich. Was ich etwas kritisieren muss, sind die Bedienelemente am Licht und dass hier keine Tasche dabei ist. Ich glaube, beides sind aber keine Gründe, die gegen das Licht sprechen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wofür ihr so ein leichtes und kompaktes RGB Licht nutzen würdet. Auf dem Weg zu den Kommentaren lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.